Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Mein Name ist Martin und es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Update zum Model 3 Highland Project. Wir haben ein neues Bild, das werden wir mal richtig analysieren. Auch basierend auf dem derzeitigen Model 3 und dem Tesla Roadster. Du hast richtig gehört, der wird auch eine Rolle spielen. Und wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Denn wir schauen auch auf die Zahlen und die lügen bekanntlich ja nicht. Und ein Model 3 Refresh ist wirklich, wirklich nötig. Wenn man auf die Zahlen blickt. Aber als erstes schauen wir mal auf das Design. Merk dir hier bitte einmal die Scheinwerfer vorne. Und merk dir auch diese runde Linie, die du vorne an der Front hast. Denn das wirst du gleich wiedererkennen auf dem Bild für das Model 3. Und ich sage dir auch, warum das Bild echt ist. Denn wir haben ja bereits vor vielen Wochen mal ein Auto in Kalifornien gesehen. Und das hatte ja eine Abdeckung vorne. Und schon damals hatte die Form dieser Abdeckung genau das angedeutet, was du jetzt hier siehst. Man hatte schon das Gefühl, dass es ein bisschen kantiger wird, ein bisschen sportlicher. Und das ist jetzt diese Rundung. Und das ist ja schon ein bisschen vom Tesla Roadster hergenommen, das Design. Dann haben wir einmal an der Seite weiterhin die Kamera. Da soll ja auch eine Seitwärtskamera sein. Also nicht nur nach hinten. Das können wir leider hier nicht erkennen. Und vorne mag man vielleicht vermuten, dass da eine Kamera ist. Meiner Meinung nach ist das eine Spiegelung von etwas. Ich bin da nicht sicher, dass die Kamera genau an diesem Platz liegt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass man das unten drinnen hat, um dann die Gegenstände nach vorne zu erkennen. Das ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Dazu habe ich keine 100% Garantie natürlich. Aber von der Designsprache finde ich das gar nicht so schlecht. Und man merkt auch ein bisschen, dass es ein bisschen nach vorne weiter runter geht. Das könnte ja auch ein bisschen mit Effizienz zu tun. Man möchte ja Autos besser machen, mehr Reichweite erzielen. Und es soll eben halt vorne auch am Armaturenbrett eine Änderung geben. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte darüber gesprochen, dass man hier mit anderem Material arbeitet. Und da war ja auch gerade zu erkennen, dass so eine leichte Folie drauf war. Und schauen wir das jetzt uns nochmal an dem bestehenden Tesla Model 3 an. Das einmal in der Mitte, diese Rundung, die jetzt eben halt nicht mehr da ist. Also das Design ändert sich ein bisschen kantiger. Und dann hast du die Scheinwerfer, die ein bisschen kleiner geworden sind. Und dann haben wir natürlich unten drinnen die Möglichkeit, dass da noch eine Kamera drin ist. Das wurde ja auch anhand Hardware 4 und den Kameramöglichkeiten, was man da machen kann, auch bestätigt. Wo jetzt dann die Kamera sein wird, das werden wir noch sehen. Aber an der Frontseite ist das erstmal nicht sichtbar. Wenn dir jetzt noch was aufgefallen ist, was mir vielleicht nicht aufgefallen ist, lass es gerne mal in den Kommentaren da. Ja, das Armaturenbrett oder die Abdeckung obendrauf, die Ablage, da wird sehr wahrscheinlich etwas passieren. Das deutet sich auch an. Also schon ein bisschen Änderung. Und das ist auch dringend nötig. Wir schauen jetzt mal hier auf den Gesamtmarkt. Wir nehmen jetzt hier einfach mal als Beispiel dieses Jahr, erstes Quartal Deutschland. Und wir haben Tesla. Und ich hatte ja darüber gesprochen gestern, dass das Tesla Model Y sehr, sehr weit vorne liegt. Und das Tesla Model Y ist eben halt die Nummer 1. Jetzt hat das Model 3 schon längst abgehangen. Es ist aber auch normal, denn man produziert es einfach mehr. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, den Gesamtmarkt, dann ist da ja noch ein bisschen Platz an Seat, Hyundai, Ford, Opel, Skoda, BMW, Audi vielleicht vorbeizukommen. Aber das kann man nur, wenn das Model 3 auch wieder mehr verkauft wird. Und das siehst du hier auch an den Zahlen. Denn der ID.3 ist von den Verkäufen auch vorbeigegangen in den ersten drei Monaten. Jetzt muss man fairerweise sagen, das Tesla Model 3 kommt ja aus China. Aber trotzdem, da ist eben halt schon ein bisschen was schief gelaufen. Und natürlich hat das Thema Park-Sensoren vielleicht eine Rolle gespielt. Aber auch viele Leute oder ihr als Zuschauer schaut ja auch meine Videos. Und es gibt ja auch andere YouTuber. Und dieses Thema Refresh in diesem Jahr ist ja schon sehr, sehr oft thematisiert worden. Und das könnten auch die Auswirkungen hier sein. Das Tesla Model Y natürlich weit entfernt die Nummer 1. Grundsätzlich können wir aber festhalten, wenn man ins erste Quartal schaut, dass tatsächlich der europäische Markt leicht schlechter als im vierten Quartal war. Trotzdem ist da sicherlich noch viel, viel Spielraum. Also Preissenkungen könnten noch passieren. Ob man das jetzt noch macht? Wahrscheinlich. Wenn ein Update im dritten Quartal kommt, wird man sicherlich auch noch wagenlos werden. Da müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, dass da noch ein bisschen Spielraum ist. Für die, die Tesla länger verfolgen, die wissen, dass es mal eine Variante gab für 39.000 Euro. Zu den damaligen Kosten, die Tesla bei dem Model 3 hatte. Es sind also noch Möglichkeiten, die Preise zu senken da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man auch unter die 40.000 Euro gehen wird, wenn man das Gefühl hat, dass man die Autos nicht los wird. Das wird sicherlich der letzte Schritt sein. Ist aber nur noch mal ein Hinweis für diejenigen, die Zeit haben zu warten und bereit sind, das Risiko einzugehen, dass es dann eben halt ein älteres Modell ist. Denn Ende des Jahres wird es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dann auch ein Update kommen. Nämlich das, was du gerade auf den Bildern gesehen hast. Und dann werden wahrscheinlich die Modelle, die jetzt verkauft werden, die Tesla Model 3, die Tesla nicht los wird, sicherlich erstmal zu Ladenhütern werden. Und da wird es richtige Rabatte geben. Und wenn dann jemand von euch dabei ist, der sagt, es geht nur über den Preis, der Preis ist entscheidend, dann kann man da sehr gut zuschlagen. Ich hatte gestern noch über das Thema Schriftgröße gesprochen und jetzt hat Tesla auch was geändert. Und zwar, wenn es etwas Neues gibt, siehst du jetzt auch immer diesen Button oben, New. Das heißt, somit kannst du auch feststellen, was ist eigentlich für eine Funktion jetzt neu. Weil vielleicht findet man die Funktion nicht. Und das ist jetzt nur das Beispiel mit der Schriftgröße. Es gibt also Normal und Groß. Das nur noch mal als Randnotiz für dich. Dann schauen wir doch mal auf den amerikanischen Markt. Auf dem amerikanischen Markt hat Tesla 35% Wachstum erzielt. Das war Januar und Februar. Da war jetzt noch nicht mal März dabei. März ist ja tendenziell dann der dritte Monat des Quartals und sowieso der stärkste. Da wird wahrscheinlich für das Quartal ein Wachstum von 40, 45% schon möglich sein. Wenn man jetzt aber dann weiterschaut, dann sieht man zum Beispiel Volkswagen. 250% Wachstum hört sich richtig gut an, ist aber mit 7151 Autos immer noch sehr niedrig. Klar ist der amerikanische Markt. Aber man sieht, dass Volkswagen hier auch wirklich sehr viel Fokus drauf liegt. Aber für ein Autounternehmen, welches wie gesagt, ja, 8 Millionen, über 8 Millionen Autos im Jahr verkauft, sind natürlich 7151 Autos einfach nicht viel. Aber man sieht, dass eben halt sehr, sehr viele Unternehmen hier unterwegs sind und dass zum Beispiel Rivian jetzt auch inzwischen hier in der Statistik eine Rolle spielt. Das muss man fairerweise sagen. Und die wachsen ja immer weiter. Und da gibt es auch interessante Pläne fürs nächste Jahr. Wenn du auf einen Tesla wartest und zur Zeit zum Beispiel eine VIN bekommen hast und das Auto kommt aus China, hier nur als Information, es sind weiterhin Schiffe jetzt wieder unterwegs in Richtung Europa. Und wenn du auf ein Model S und Model X wartest, das dann auch mit Hardware 4 kommt, dann ist es wahrscheinlich auf der Höhe Kopenhagen. Die kennen wir ja bereits. Die ist auf dem Weg aus Amerika Richtung Seebrücke. Und wenn du mehr Details wissen willst, wenn du mich abonnieren willst, hier auf dem Kanal kannst du das natürlich auch gut. Oder du kommst in meine Gruppe. Link ist in der Beschreibung. Da können wir auf eK-Review einfach über den Tag auch diskutieren. Du kannst Dinge teilen, deine Meinung teilen, auch natürlich hier auf dem Kanal. Und da würde ich mich natürlich über einen Austausch freuen. Und nur als Info, der YouTube-Kanal eK-Review, wie ich gestern erwähnt habe, da mache ich auch Nachrichten über andere Automarken. Also nicht nur Tesla, sondern alles, was außerhalb von Tesla passiert. Denn ich glaube, wir haben hier in Deutschland noch sehr viel zu tun, wenn es um die Elektromobilität geht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch da über die Elektromobilität außerhalb von Tesla zu berichten. Schau einfach mal gerne auf eK-Review vorbei. Da passiert auch Interessantes. Also, ich freue mich, dass du hier warst. Wie ich hoffe, dich morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.